so 6 jetzt so dann ja läuft ja blenden gerade ok Okay. 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 Sehr gut. Wir müssen hier eine Infanterie reinkriegen. Ja. Geh hin mit dir. Geht Decken bitte. Geh hin. Geh hin. Hm. Geh hin. Geh hin. Geh hin. das passt ja 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 das krieg ich hat nicht gedeckt ja in ja in ja in ja in das können wir eigentlich machen das ist ganz gut ok war zu erwarten dass wir das auch kommen schon ich dein ernst wie perfide ist denn das bitte ok machen wir erstmal das ja noch nicht wahr oder würde ich hier hinkommen obwohl naja das ding auch weniger keine unterdrückung was das angrößt ja 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 das war gut dann kannst du nach hier nach hier nach hier schade bist du nicht mit bewegung aber okay der angriff mit den truppen irgendwie haben wir das könnte doch funktionieren leck mich doch alle eingesetzt ja hätte ich nicht aber das wäre möglich das könnte man machen ich bin abgeteckt so jetzt hier hin wenn er sich bewegt das könnte gehen hier unten durch ich muss jetzt warten dass diese welle da weg ist ganz schnell weg kriegen und die können dann hier und dann kann man die in die zange hier nehmen oder etwas gekillt das nächste ist dann hier auf diese art lorien dann gleich mit dem panzer direkt runter und der infanterie ich habe keinen schuss mehr drin irgendwo nicht dann schuss mehr ja ich habe befürchtet alter aber doch nicht sechs schaden da macht er wirklich sechs schaden welche sind das jetzt ob wir denn naja es geht also jetzt ja klar dass wir jetzt tot ist und das mal noch hier kommen wir hier noch mal eine rein die habe ich schon ja ja habe ich so lang das können die flachs hier machen haft oh Nee, Moment, Moment, das ist ein bisschen... Echt? Echt? Hm... Da sind ja auch nichts hier... So, nee... Jetzt um auch was... Ja, dass dir jetzt die Munition da ausgeht, ist natürlich jetzt nicht gerade das... Okay, wunderbar... Das auch... Kann man nämlich jetzt direkt erledigen... Alright... Perfekt... ... 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 gut ach scheiß okay du kriegst erstmal munition und sich ruhig da hinstellen ist mir sowas von egal so ja ja schön er müsste jetzt kapitulieren ja 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 ich muss das ding mal einnehmen meine frau so was mache ich denn hier und scheiß dann können wir die bombe nachgeschickt ohne schutz ja du kannst noch damit funktioniere hierhin die kann man dann nicht für hier unten jäger so gut was jetzt noch geht hier abdecken hier hinten ist alles abgedeckt dann würde ich sagen ja ganz toll ich denke natürlich da wo jetzt kommt der mit bomber nicht kotz ab warum treffen die alle waren sie die treffen alle da hat jeder gerade getroffen aber wirklich jeder ja geil ich darf ja erst mal alles abdecken dann kann da nichts passieren ja 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 Jupp, läuft. Jupp, läuft. Das ist irgendwie ein Löwchen. Voll gepennt. Ja, natürlich kann er auch hier Angriffe gehen. Klar. Warum soll er da? ja meine schulter wie folge pennt habe ich bei der folge end da hinten kommt eine ganze meute an das ist nicht gut ach komm schon warum und fans wie das reichen oder muss dazu machen nicht und da jetzt nicht rein ja man kann höchstens jetzt kriegen ja wäre mir ärgerlich aber mann der das rumfahren vielleicht war ich muss dazu machen wie gut ist diese idee perfekt wie gut kann der durch den rekruten aber in der zweite kommen tut das auch völlig die panzer da nicht die panzer da nicht durch das unfassbar noch jäger wir hier zu machen er hatte nur chance macht aber trotzdem ja kommen was sollen die scheiße verzieht ja den prüggen hier habe ich hinten na gut 5 wieder freudige verluste ja Hm. Die ist weg. No, die ist weg. Ok. Nein. Nein. Das ist doch nicht dein Ernst. Ok, wir machen schon mal ein Bombardement hier drauf. Nein, dann muss gleich hier weg. Matellerie. Ah, Position. Drücken Pioniere hier lang. Den Strand. Hier hin. Hier hin. So, jetzt müssen wir erstmal über diese verdammte, diesen verdammten Flussübergang hier überall. Und das ist halt echt übel. Ne, ne, ne. Aber in der nächsten Runde sind wir auf jeden Fall da. Moment, wir könnten schon mal als... Moment, als... ...hier hin. Könnten hier schon mal zumachen, ja. Hier hin. Könnten hier schon mal zumachen, ja. Ja, ich hätte es müssen wissen, dass deine Flagge ist. Jo, acht Runden. Das wird ein bisschen zügig werden. Okay, Leute. Dann sehen wir uns hier beim nächsten Mal wieder. Und dann geht's weiter mit dieser Schlacht. Das war's in dem Part. Bis dann. Und dann... ...